wir werden beschossen ich wollte überfahren ich wurde wieder überfahren ich habe jemanden ich habe jemanden genockt ja ja das ist der unterschied guckt euch den unterschied an leute erst mal erst mal sind wir gestorben wegen spoons aktion so und dann guckt hier quantum der mate quantum ist ein mate holt mich jetzt muss ich mit quantum meine hart erarbeiteten sachen teilen weil er uns nichts gibt ne nehmt euch einfach nehmt euch quantum unfassbar wie wir hier alles ne das ist als würde man solo spielen als würde man hier solo spielen jetzt brauche ich fünf und sechster ein bisschen habt ihr was jetzt auch jetzt brauchen alle ja hier warum fährt denn auto da ich dachte da wäre einer drin warum ist das auto jetzt noch so ist es lang hier liegt fünf und sechster noch da wär einer drin ein paar sieben und noch zehn zwanzig schuss ich nehme mal bandage hat einer von euch noch irgendwie zwei bandagen übrig dann müsste ich mich voll halten können mit bandagen weil ich hab noch einen fest ne der hat dann da ich nirgendwo mach ich das ja okay hol ich mir mal wie viel bus habt ihr ich hab nur ein der vier ist zwei aber eins muss ich halt nehmen vier skop habe ich dann mach ich das eben hier spannend hat selber überlegt ob er jetzt luten geht ne aber er ist zurückgekommen ja ich bin auch zurückgegangen dann habe ich quantum gesehen dass er zu dir läuft dann habe ich gesagt ja du hättest aber du hättest aber auch du hättest auch sichern können es hätten noch leute es hätten uns noch leute angreifen können und dann hätte ich aus keinem mehr was machen können teamplay ist beschützt aber ich meine das hängt halt auch mit der körperbreite zu tun das hängt auch mit der körperbreite zu tun also guck mal bei mir ist das so spoon geht down quantum holt den dann check ich so die lage kann ich jetzt noch was machen kann ich jetzt im team helfen hier kommt wieder was hier kommt wieder was hier kommt was ab eingehittet zweimal am stein am stein noch noch sind wieder andere einer an der halle der ist noch der ist noch am stein oh ich wurde richtig hart getroffen ich weiß nicht von wo alle glaube ich rechts das war ultra der headshot da sehe ich nur so ein ganz kleines bisschen von ich gehe mal gerade den berg hoch ich glaube ich treffe hier den zaun der bei der halle ja bei der halle zwei sind ausgeräumt nock tot ey die habe ich beide die habe ich beide mit zwei hemmen und anderes schießt noch nicht noch mehr warte ich habe nicht gehört von wo shit ich soll mal aufhören hier das reicht der hat noch mal eine K hier wir haben gerade ein viererteam noch gekehlt da müssen wir dann auch mal gucken was wir alles für ein loot abkriegen können ich bin hier noch oh jetzt ist für jeden was da komm noch was noch was noch was was geht hier ab shit keine 700 Munition mehr yes yes oh Leute die haben wir gef die haben wir gef die haben wir gef ah ah jetzt will ich noch was noch was da ist ja noch was knocked in der halle drin in der halle drin in der halle drin linke Seite das hört hier gar nicht mehr auf hier einer ist tot hier ja zwei habe ich schon gekillt den feinen kill ja ja ok also konnte man eingenockt ich hab den gekillt warte das ihr müsst noch was leben ihr müsst noch was leben ja ihr war noch knocked jaja der letzte war noch nur knocked ok ok was zur helle wo kommen die alle her ja wo voll so plötzlich ja hauptsache weiter looten obwohl hier leute noch sind so ja ich werd grad beschlossen von ganz oben was das ist jetzt von ganz wo anders ganz oben 170 ging auf meine Pfanne nein von hinten oh ja ne zwei Leute zwei Leute ganz oben ich hab mich zur falschen Seite gedeckt Omega Leute noch sieben und Munition ne hinter mir ne das ist hinten jetzt ja 300 ungefähr noch mehr ich hab keine Dingens ich hab keine äh keine boosts ey wir haben so viele Leute gekillt ich hab keine boosts der pusht rechts rüber der ist hinter dem ja oh ich hab den oben am Berg genockt mit Headshot ja toll einer noch hinter uns ein Buggy irgendwo Richtung Buggy glaub ich ja hinterm Buggy ist er verschwunden der steht oben field glaub ich gib mir deine boosts tot nice sehr gut ok wie siehts aus mit dem vom Berg der ist knocked aber sein Mate ne ne ich hab die konnte ich nur noggen mehr hab ich ja nicht gesehen ahhhh ne die haben keine Chance die haben keine Chance alle Squads einfach zerstört nein nein der da oben am Berg lebt noch ja gut aber das ist ja kein Squad das sind alter Falter du weißt was das für Leute sind Suppressor ist eher nice habt ihr euch hier die ganze Muni genommen äh die ganze Heilung genommen noch gar nicht gelootet hier noch 5er jetzt wieder 5er haben die ganz viel hier hier geh mal bei dem am Auto der hat noch eine 100 Schuss oder so 5er ja ja die haben noch richtig viel 5er hier an dem gelben äh grünen mein gut boah hier meine externe ne da ist nix mehr drin wenn der SKS hier achso hier hinten oder ja doch da sind noch 200 300 Schuss drin oder so ne ich brauch noch Budstock dann hab ich alles echt mal wie viele Kids habt ihr jetzt ich hab 6 ich hab auch 6 12 quantum du 5 nice 17 viel 17 ja dann müssen wir jetzt richtig hart weiter agieren hier haben wir so Hust genommen von denen weil ich hab jetzt ich verbrauch jetzt gerade meine letzten äh ja hier kann ich nochmal 3 droppen aber Helme Helme und jemand ein Medkits oder 2 Medkits eher gesagt ne ich kann den für's Ape geben ne für's Ape hab ich 5 ne pass schon ich würde die an der Straße nochmal looten wir haben ja mehrere Squads gekehlt gerade jetzt Helm, 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 Helm Helm, Helm, Helm Helm, 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 Helm ganz oben bei 165 da aber also ich hab den Kill nicht gekriegt ja die sind wahrscheinlich abgehauen komm wir müssen rein 13 Sekunden äh hast du einen SKS Budstock für mich Spoon? Budstock? immer jetzt habt ihr das gehört leider jetzt habt ihr das gehört ok ja die hatten auch nicht mehr so viel hier vorn ja ich seh die noch äh 200, 210 auf dem rechten Hügel sind die oben einer geht sogar auf euch 3er Helm hat der hier oh hier ist nie ins Deckung hat er einen Hit bekommen oh ich hab den auch nochmal gehitet ich hab den Kopfschluss bekommen er schießt auf mich hab einen ausgericht ah Mist man ich dachte das wäre ich aber gut äh sein Mate ist weiter oben berg oben berg oben ich sag nicht hat zwei Hits hat zwei Hits den leider auch nicht wo genau ist der? er läuft den Berg hoch von mir aus 160 naja ich seh ihn ich seh ihn 210 von mir aus ist ja ganz anders jetzt ja der auf mich geschossen hat zumindest ist aber weg also ja er hat sich verabschiedet hat noch nicht von mir der müsste der müsste an der Zone sterben ja gut so hart ist die Zone auch nicht oder? aber das waren zwei oder drei SKS Hits von mir also ich ja gut der kann sich auch heilen aber wenn er sich heilt hoffe ich nicht hab ich den ne der hat sich geheilt und ich hab das nicht gesehen schon ich muss mit dem Auto zu euch fahren kann sein dass ich sterbe hab ihn knocked hab ihn knocked ok der stirbt auf jeden Fall ja muss auf jeden Fall noch einer sein irgendwo ja der war auch nur noch also Richtung ich seh noch zwei ich seh noch zwei neben mir links zwei noch so ganz weit weg oder? ja so komisch am Berg du rätst genau weinen zu oder? nein die sind links neben mir links neben mir los hier oder was? ne so 100 Meter 200 Meter da ich schieße jetzt jetzt hab ich jetzt den Kehl gekriegt aber einer ist zick auf deiner Höhe aber einer ist zick auf deiner Höhe schon ja ich versuch mal ob ich den killen kann einer heilt sich gerade hinter dem Stein die sind noch nicht drin oder? jetzt ist er da drinnen echt? ok das war der gerade der neben mir hat zwei Hits ist knocked auch nur knocked? tot ja der war nur knocked ey oben auf der Straße 1205 205 ganz weit hinten oh der ist an dem Stein 210 rechts von der Straße der vordere der beiden hat einer von hat einer von hat einer von denen noch AKM? jetzt kannst du looten hat einer von denen noch AKM Muni? ich bin bei 7 Minuten nach oben ja hier bei mir bin ich gerade hier ausgenutzt hatte links close ja Leute da hab ich für die anderen gelassen damit die was machen können wie ich immer direkt angemosert werde aber ich was nicht sehe er war extra ja ich sehe ihn der ist an dem Stein 210 direkt der erste an der Straße der piekt ganz kurz 7 Sekunden weil die Zone ist langsam die Zone ist langsam wir sind hier direkt drin einer ja wir müssen mal warte ich schieß mal auf den wir schießen andere auf uns echt? sind das andere? ja andere definitiv nicht der gleiche glaube ich der war hinterm Stein und ich hab trotzdem noch Schüsse abbekommen er läuft weiter der Stein Junge naja ich sehe ihn hat er einen Hit bekommen von mir einen Fuß? Fuß-Hit wo ist denn der? der wird sich der heilt sich gerade hinter so einem relativ runden Stein pass erstmal auf dass wir jetzt nicht flankiert werden noch oder so boah ey wenn wir das schaffen auf 30 Kills zu kommen wäre das richtig geil so jeder 10 der hinterm Stein der hat mich noch immer der ist der hab mich gut gehittet ey Ich hab keinen Helm mehr, scheiß Der muss einen Kopfschuss bekommen haben, ich weiß nicht Hat jemand einen Achter von euch oder so? Nee, nee, nee Der heizt sich jetzt wahrscheinlich erstmal Nee, der rennt nach hinten Das gibt er nicht Nice, endlich Du hast einem fliehenden Mann in den Rücken geschossen Du kommst vor das Kriegstribunal Keine Skrupel Ihr wisst vor, ich hab keine Helme Quantum, drop mal deinen Zeuerhelm Lulz Ich mein, er hätte im Zweiten Weltkrieg auch keinen interessiert, ne? Hier auch nicht Der Helm? Nein Das ist ein kaputtes Auto, 255 Komm, komm, wir müssen auf die 30 Kills kommen Das ist mir aber egal, wenn wir nicht gewinnen Ich will die 30 Kills haben Hier vorne waren Wie viel fehlen uns noch? Ich bin bei 8 Ich hab 7 6 Ne, haben wir noch nicht Nein, nein, wir brauchen jeder 10 Das sind wir noch von entfernt, Mann Das ist doch aber Aber da fehlt noch einige, ey Da müssen wir jetzt die Hälfte noch killen Ja Mehr Wir sind ja dringend Er meinte crazy Nicht krass Wird auf jeden Fall irgendwo ganz nach oben auf den Berg gehen oder so Highground kriegen Ich weiß nicht, ob man hier noch kann Ich will auch noch 2 Irgendwie hier so hochklettern Wird bestimmt funktionieren Spoon 3, kann man auf 4 Da ist der Spieler Süden, 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 Süden Oh, ja, ja, ja Oh shit, der ist gerade hinter dem Ding verschwunden Kannst du den sehen? Sauber Ja, offen field Ja, für mich ist der nicht auf dem field Für mich ist der weg Das sind mehrere Spieler Oh, rechts ist was close Pass auf Ja, die meinte ich Haben wir ihn ausgenockt? Schön Sauber Sauber Der gerade geschossen hat zumindest Ich seh die nicht, ich seh die gar nicht Kann ich hier vorlaufen, die unten, oder nicht? Der war im Süden, 195 Ich hab keinen Helm mehr Da waren 2, ne? Das sind 2 gewesen War nochmal einer ausgenockt Den zweiten hab ich nicht gesehen Ich hab nur einen gesehen Der zweite ist weiter hinten lang gelaufen Sollen wir nicht vorgehen, die pushen? Wenn der schon mal nockt ist? Ich würd da pushen, aber ich hab keinen Helm Ja, ich würd gern hier auf den Berg hoch Trau mich nicht Oh shit, hier war ne Nice, Quanti-Vanti Der ist tot, der wuchte beim Auto Die killen uns, die Leute weg Wir müssen da hin Nein, hier sind auch noch welche bei mir Shit Boah, ich brauch nen Helm, ich brauch nen Helm Der hier im Auto vielleicht Wo ist der denn? Einer ist hier Richtung Westen Wo denn, wo denn, wo denn? Der wurde auch geschossen hier Wo denn am Auto? Da, wo die Granaten explodieren Nein, hier im Auto Hinterm Auto, hinterm Auto Ach so Hier Auf den wurde auch geschossen, oder so Der muss irgendwo sein Ja, die Den Typen hatte ich, glaube ich Gesehen, aber nicht Okay Hattet ihr schon für den ausgenockten hier links Nein, nein, nein Oh, ich sehe eine 250, es sind zwei Deine gerade einer weiter hinten Oh shit, der ist gerade hinter dem Hügel verschwunden hier Im Westen 255 irgendwo Mit der Ridge Könntet ihr so ne Fenster machen Fuck Bei mir sind hier auch noch welche Ey, wir kriegen die Kills nicht Wir müssen schon reinrennen Sonst klappt das nie mehr Naja, bei mir sind zwei Bei mir sind zwei Wo bist denn du? Ach da hinten? Ja, hinten Die zwei Leute Aber du bist nicht drin, ne? Ja, ja, ich weiß 40 Sekunden noch Könnte sein, dass die dann von hinten pushen Da müssen wir ein bisschen aufpassen Hier vorne sind auch noch welche Läuft grad einer Äh, 275 Wieder an der Kante hier Kann ich nicht sehen Wo ich vorhin die Nate geworfen hatte Ich bin zu weit tief unten Ich kann das nicht sehen Wir haben nur noch 7 zu machen Ja, das ist hier 265 Oh Lass uns mal gucken, dass die anderen nicht von hinten kommen Weil das kann sein Wenn wir Pech haben Ah, ich sehe einen Zwei Drei Spieler vor mir Einer von denen ist knocked Fandom, gehen wir am besten von der Posi weg Das ist glaube ich nicht so geil Einer knocked von denen Nice Leider kein Gesicht Wo bist du da hin? Noch einer knocked von denen? Okay Könnte sein, dass sie sterben an der Zone, die ich genockt habe Ich sehe hier unten einen Typen 280 Aber da müsst ihr erst hier hochkommen, damit ihr den Den könnt Der rennt rein, der rennt rein, der eine rennt rein Schön, hab ihn Okay, unten sind drei Leute 305, ganz weit unten Drei Leute Wenn ihr hier zu mir hochkommt, dann könnt ihr die alle sehen Alle Drei Leute, muss aber irgendwo nur einer sein Ich sehe Oh shit Ich hole dich, ich hole dich Ich habe einen knocked von denen Du hast keine Zeit verliehen Nein, ich wurde auch knocked Shit, shit Aber ich habe auch einen von denen knocked Holst du deinen Vanguard, weil ich full life bin? Ja Die letzten vier wahrscheinlich Hast du in Deckung da hinten? Ja, ja, ich bin in Deckung Ich habe sogar einen, ich habe auch einen von denen knocked Also vielleicht holen die sich Ja, ich muss mich wieder heilen, leider Gerade Oh, hinter uns Oder? Nee Okay Oh Gott Ich habe wieder keinen Helm Shit, einer hat einen Dreihelm von denen, das ging Ich habe leider keinen Das wirkt böse aus Ähm Wir haben, ich habe sieben Ich habe sieben Nates Sieben Nates Ich schaue die gleich da rein Sind die noch immer dort unten? Glaube, ne? Ja, ich glaube Ja Einer leckt sich da Boah, der gibt mir Insta-Headshot die ganze Zeit, Mann What the fuck? Der hat keinen Helm Einer von denen hat keinen Helm Ja, einen von denen habe ich mir einen Headshot knocked Deswegen glaube ich Die pushen hier die rechte Seite bei mir Rechte Seite Hier, kommt zu mir, kommt zu mir Scheiße, die töten alles Ja, bei mir What the fuck? Der hat alles getötet hier Kronium Zwei Wie viele Kills? Der hat vier Leute getötet Acht Kills Ich habe elf Acht Nein Der Kronium hat gerade vier Leute getötet Die Ratte Der Arsch, jetzt sind wir nur bei 27 Oh 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 Shit, Mann Die waren alle unten bei mir Aber der hat mir immer wieder instant den Headshot gegeben Ich konnte nicht drauf schießen Warum habt ihr nicht auch elf gemacht? Schade War eine gute Runde Beste Runde des heutigen Abends Prost Und die wird es auch gleich Ja Ja Der Pisser hat am Ende noch vier Leute gekillt Ohne den Ohne den Sack Nö Ich bin mich jetzt Nay Wir machen jetzt hier